Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Minecraft. Ja, es hat ein bisschen aufgehört zu lecken, weil die Welt ein bisschen besser sich generieren konnte. Und ich möchte hier gerne ein Baumhaus bauen. So, dazu brauche ich mal ein bisschen Holz, weil ich auch gerne den Baumstamm hier, ehrlich gesagt, etwas dicker haben möchte. Ich hoffe, das schaut nicht... Ah, das könnte doof ausschauen. Naja, für das erste Mal, ich muss mal hoch... Ich musste irgendwie hoch dürfen. So. Ich hätte ja auch gern... Nein, nein, das passt schon so. Ich mache mit Absicht hier... Ich weiß, den Baum verändere ich jetzt etwas an seiner Äußerlichkeit. Oh, das darf ich gar nicht machen, so, ne? Warte mal. Ich wollte nämlich den Baum innen hohl machen, ne? Dass wir quasi dann innen eine Leiter nach oben haben. Ist aber vielleicht ein bisschen gemein. Ist vielleicht ein bisschen gemein. Deshalb werde ich hier versuchen, so. Mal mich nach oben. zu bauen. So. Ja, so geht's, genau. Jetzt sind wir mal da ganz oben. Und hier möchte ich gerne... Jo, das schaut nicht schlecht aus, oder? Ist da hinten ein Dorf? Na, mein Grabstein oder was? Der leuchtet zu hell. Ich hätte vielleicht zusammenschlagen sollen. Äh, naja. Äh, ich möchte gerne hier oben unser Häuschen, unser erstes Häuschen bauen. Tatsächlich ist das echter Grabstein. Oh, oh. Ja, gut, den werde ich dann noch kaputt machen müssen. Das mache ich dann später. So. Also, als erstes bauen wir... Na, bauen nicht. Wir... Doch, eigentlich schon. Wir bauen unsere Werkstatt wieder hin. Ich würde sagen... Wupp. Damals so hin. Uh, das war keine Absicht, aber hat irgendwie hingehauen. Schön. So, Erde und Matsch. Was kann man mit einem Matschball machen? Ich schau mal. Matsch. Was kann man da mit einem Matschball machen? Matschblock. Und aus einem Matschblock? Matschziegel. Mangrovenholz, also... Ach, so Ziegel. Man kann damit Spitzhacken bauen. Und Kleidung. Matschiger Helm. Echt? Aus Matschball? Echt jetzt? Okay. Ähm, naja. Dann würde ich sagen... Probieren wir doch mal, oder? Wir haben eh genug Matsch. Ähm. Da haben wir mal unseren Matschhelm. Das habe ich gar nicht gewusst. Nicht, dass das überhaupt geht. Jetzt werde ich mein... Jetzt werde ich mein Skin total verunstalten. Wie war das jetzt schnell mit dem... War das so? Warte. Ich glaube, da mache ich etwas verkehrt, ne? Ja. 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 Jetzt muss ich kurz nachschauen, wie die Brust ging. Ach so. Komplett verkehrt. Okay. So war das. So. Und das leckt wieder ein bisschen mehr. So. Und so. Die Hose ist, glaube ich, so, ne? Jawohl. Genau. Und was fehlt jetzt noch? Stiefel. Richtig, genau. Die Stiefel. Ach so, zweimal nebeneinander. Okay. Zweimal nebeneinander. Also, einmal und zweimal. Ist ja logisch, ne? Ich und Logik. Ja. So. Dann kleiden wir uns doch mal an, oder? So. Die Stiefelchen. Ach du heilig, wie das ausschaut. Mein schöner Skin. Da. Und so. Jawohl. Wir sind jetzt getarnt. Kein Creeper der Welt kann uns jetzt wieder sehen. Ach du liebe Zeit. Gut. Wir brauchen dann unbedingt Steine für einen schönen Ofen. Aber, Schwarzeichenholz. Genau. Da möchte ich gerne auch ein paar Bretter haben. So. Was haben wir da? Ach so, das ist Dreck, ne? Also, ein bestimmtes Erdendings. Was haben wir da? Schwarzeichenholzbretter. Ach so, die gehören zusammen. So. Und so würde ich mal sagen. Boah. Hoffentlich klappt das einigermaßen. Ja, da würde sich eine schöne Terrasse anbieten. Und dann würde ich mal sagen. Probiere ich einfach mal ein bisschen was zu bauen. So. Wah. Ja. Ich werde in den Tod stürzen. So schaut es aus. So schauen wir aus. Hüpf, hüpf, hüpf. Kann ich hier jetzt irgendwie noch lebend? Ja. Das schaut okay aus. Schön. So. Bauen, bauen, bauen. Genau. In dem Eck wollte ich eigentlich was anderes haben. Dazu komme ich gleich. Hüpf. So. Hü, hüpf. So. Da kann das noch hin. So. Ja, ja. Bauen nur zwei aufeinander. Hast du recht. dann hier so langsam da so und hier so und ich werde gleich wieder runterfallen wenn es weiter geht da gab es aber glaube ich auch ein trick nur weiß ich gerade nicht ob der funktionieren wird wenn es so der belegt ja natürlich ich verstehe nicht nur zwei drauf warum macht er das so wollte ich das nicht haben so weg damit ok hat er jetzt noch eins raus dürfen glaube ich ach was soll es oder doch na wohl machen wir noch eins raus das ist aber nicht schlimm weil es kommt hier so holzboden rein und hier wollte ich eigentlich was besonderes bauen ich mach mal so so da können wir noch so machen und eins höher hätte ich müssen eines höher hätte ich noch müssen dass es auch echt gut ausschaut naja es ist nur mal ein ein grundentwurf sag ich mal um zu schauen ob mir die größe gefällt so da dann schon fertig mit die holzdinger dann machen wir noch ein paar nach das schaut furchtbar aus mit der rüstung mein armer skin muss ich dann weg tun das schaut schlimm aus so und dann würde ich sagen hier lang poruk sehr gut und dann noch hier dann werde ich das einfach bei passender gelegenheit, ihr könnt das jetzt mal zum lecken aufhören bitte das gibt es ja nicht ich probiere mal was ich probiere mal was normalerweise ist das wurscht ah jetzt ist es angenehmer momentan mal ohne shader ein bisschen, nur zum bauen ah das ist viel angenehmer sehr viel angenehmer, tut mir sehr leid aber ja es war eigentlich die beste variante der ganzen shader die ich da vorgeschlagen bekommen habe und auch die variante die eigentlich am besten funktioniert hat aber hier zieht er natürlich wieder rum das ist immer so, wenn du was aufnehmen möchtest wenn mal was nach schnürchen laufen sollte dann, dann aber dann, dann klappt nichts mehr gar nichts, kannst dir gleich merken jawohl so, nanu, was baue ich denn da zusammen ah, da unten, na toll na, bitte nicht runter stürzen äh, so ja, natürlich ist er weg aber das passt mir eigentlich gerade warte noch ein Stück runter wenn ich ganz runter bin, ist es vorbei warte, da wollte ich sowieso was probieren so, noch eines raus wollte ich eigentlich so, und ja ich wollte mal schauen, ob das was ausschaut nach irgendwas ausschaut und hier wollte ich dann noch mit normalen Brettern ich könnte aber auch so komische Stützdinger machen warte mal na, du komisches Stützding schaut doof aus glaube ich sag mir mal so hm na, so wollte ich das eigentlich auch nicht haben ich wollte es so, eventuell von außen hm hm keine Ahnung, ob das gut ausschauen wird ich mach einfach mal da wäre ein richtig dunkles Holz nicht schlecht so richtig, richtig dunkel, dunkel oh weia, ich brauch was zu essen das seh ich auch erst jetzt ich brauch was zu essen aber wo krieg ich da was her ich hab noch nie noch kein Schweinchen oder irgendwas gehört weißt du was toll wäre und das mach ich jetzt auch schon noch schnell bevor wir verrecken und ich weiß, ich werd verrecken ähm, wir bauen eine Truhe oh, das geht jetzt viel besser ohne Shader momentan tut mir sehr leid ich weiß, es schaut mit Shader hübscher aus aber es ist momentan echt pfui so, weil ich weiß, ich werd wieder verrecken lege ich doch schon mal das ganze hier rein weil ich schlau, 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 schlau bin so ah, na bin ich nicht so, also Matsch der kommt hier hin das kommt da hin das kommt hier hin so, der kommt da hin das hier hin Schaufel und Spitzhacke so ich weiß, ich werd nämlich sterben und deshalb, wie gesagt, packe ich das mal hier rein so dann wär's gut, wenn wir uns auf die Birsch begeben und es wär gut, dass wir hier wieder raufkommen könnten da seh ich ah, Holz früher hab ich mich über Pilze wahnsinnig gefreut so ein tolles Schwammerl ich glaub, da ist sogar eins für Pilzeintopf und da brauchte man, glaub ich, noch ein Fliegenpilz dazu, ne zwei Sorten Pilze waren das, glaub ich, damals ah, Gottchen und warum wächst ausgereiht auf dem Baum ein Pilz ich glaub, ich spinn kann ich da runter lebend das wär jetzt echt toll wow ja irgendwas ist hinter mir ich glaub, das ist so ein Schleimheini ja wir sterben, Viech danke das war das sind noch kleine Hilfe, Hilfe, Hilfe geh Pfui geh Pfui Viech geh Pfui hm, Schleim so, wir sind am Ende ich kann man den Schleim essen ich glaube nicht oh nein, meine Pilze und vor allem brauche ich ein paar ich möchte gerne noch ein paar anpflanzen sogar vielleicht gab das hier recht gut wenn ich einen da lass ähm, ich hab jetzt kein Holz ne, das ist Erde, oder? doch, ich habe was das sind aber zwei Bretter da müsste ich eine Schüssel bauen jetzt bin ich aber verdammt langsam und ich finde jetzt gerade mein Haus nicht an das ist auch nicht schlecht da oben, ne, irgendwo da oben alles klar warte so, komm es hilft nicht ich habe nicht mal noch Stein fällt mir gerade ein ach, ich werde gerade so was von verhungern ja, los ähm, es wäre auch gut hier irgendwo einen guten Sterbepunkt zu haben boah, jetzt bin ich natürlich ganz verlangsamt jetzt kann ich nur noch kriechend mich fortbewegen ich wollte ein bisschen da in die Höhe so und dann möchte ich gerne die Grabsteine kaputt hauen so ja und äh wiederbeleben danke so ja, ja momentan ist ohne Shader wirklich besser wir waren stimmt, den wollte ich zusammenschlagen war Hilfe so tut mir sehr, sehr leid vielleicht wird es ja dann besser wenn die Welt komplett geladen ist wenn wir dann den Shader reintun so, komm her klappt das überhaupt ich glaube nicht ne, da brauchen wir eine Hacke spitz oh je warte ja, ja du Matsch du Matsch Schlamm du ich nehme mal kurz die Grabsteine als kleinen Orientierungspunkt warte lauf, 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 lauf lauf, 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 lauf so ich hoffe ich finde noch ein paar Pilze an das wird echt super ach, dieser Schlamm, ne der macht einen langsamer ist wieder logisch ich hoffe da ist noch irgendwo ein Schwammerl das wäre so cool das bist du eigentlich Gewürzbaum kann man den essen grüner Farbstoff ich glaube nicht ah, die Blumen sind auch so schön ha, Pilz ich hab dich gefunden Schwammerl komm nur her das wäre echt toll wenn es noch mehr geben würde Pilz und da möchte ich gerne dann kann man glaube ich sogar Pilze züchten wenn sie einen bestimmten Dunkelheitsgrad haben habe ich mal gelesen dann sollte das funktionieren ich hab's tatsächlich mal zusammengebracht aber das dauert halt eine kleine Ewigkeit aber hier, schau mal da wäre so eine Höhle vielleicht würde sich das dann schon anbieten so, ein bisschen Zuckerdingens noch da baue ich gleich noch ein Zuckerdingens an so da haben wir Kohle oh, sehe ich da gerade ein Spinnennetz boah, hoffentlich ist da jetzt keine Spinne daheim aber boah ich will ja verangeln dürfen und ich glaube die geben ja Seite diese Spinnennetze da oben oh wenn ich die jetzt so kaputt haue wahrscheinlich nicht da brauche ich die Schere dazu war da nicht sowas? ah, jetzt komm ja sicher, fall runter komplett runter gefallen super saubere Arbeit kann man nur loben warum klappt das manchmal nicht? unfassbar wahrscheinlich wegen dem da wegen dem Matsch kann ich mir jetzt schon langsam vorstellen wusch alter wusch und wusch so bitte werde nicht kaputt das muss ich glaube ich echt schneiden drei Stunden später und und ja dann lasse ich das mal ähm brauche ich leider Eisen Eisen ich brauche Eisen für eine Schere für einen Schnippschnapp gut nachdem das nachdem ich das jetzt auch mal weiß oder wieder weiß sagen wir so äh haue ich hier mal ab so zu unserem zweiten Grabstein war da ist echt pfu so mü ma mü so aber ohne Scheder geht es jetzt echt ein bisschen besser muss ich da weil ach da unten kann ich anbauen muss ich leider Gottes momentan so machen bitte nicht böse sein na das wollte ich nicht bauen ich wollte das eigentlich machen so schwer Schwammatel schwie schwer Schwammatel so und so und dann werden wir den auch zusammenhauen da liegt auch noch was Matsch glaube ich es wäre gut noch ein paar Fliegenpilze zu finden ich werde probieren den nochmal mitzunehmen das war glaube ich unsere ne Schwammal hallo schwie schwer Schwammal hm da drüben na das schaut nur so aus oder das sind oder sind das da oben am Berg Pilze ich glaube das sind Pilze aber normale Pilze keine Fliegenpilze jetzt legt er wieder mehr weil da waren wir noch nicht und da muss er erst generieren hüüpf 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 boing 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 da oben ne da oben das sind doch Pilze ein Hähnchen was schwimmt denn da im Matsch rum Hähnchen oh das sind Hähnchen na was würde ich jetzt geben für ein Sämling da oben sollen die Schwammatel sein na das ist doch kein Schwammatel oder doch aber zumindest hier ist was Pilze da ist auch noch ein Schwamm ich nehm die einfach mal mit oh es wird wird es etwas schon wieder dunkel und was bist du gelber Holunder Nahrung Nahrung oh wie schön Essen gelbe Holunderbeere Bärenschale Bärenpulver Holunderschorle Holunderschorle Holundersorbe boah hm jetzt leben wir gesund meine Lieben oh mein Gott es wird finster es wird finster ich muss zurück in mein Haus oder möchte ich ein Haus Schaf ein Schaf wäre auch cool also es ist ein Händel weil es so schwarz ist ok drei Hühnchen habt ihr Eier zufällig noch nicht na morgen vielleicht boah ich hoffe ich komme jetzt rechtzeitig zurück na bitte nicht stecken bleiben bitte ich will nur nach Hause bitte schnell ui ganz ehrlich Matsch du machst mich matschig so jetzt aber da muss ich mir echt schon dann einen Erdenweg bauen hierhin ich habe noch gar keine Leiter gebaut ich depp zu unserem Haus gibt's meine Güte Schlamm ist echt fürchterlich hü hü Hüpf ach komm so ich habe keine Ahnung wo ich lang lang lauf lalalalong ich glaube wir sind in der Nähe unseres Hauses Pilze aber die lasse ich jetzt mal viele Pilze oh da drüben irgendwo müsste man verreckt sein laut ging es oh je ja und irgendwo da oben war müsste unser Haus sein oder da ist es ich versuche nur ja lass mich in Ruhe du Kerl Geh weg Schuh jawoll Mua Fallschand bekommt du Dorotl Hihi es regnet wie schön na komm her ich hau dich weg mit einer mit einem Zuckerrohr wo ist denn hin ah schau ich den an ha wilder antäuscht das sind zwei es hat oh Gott das liegt schon wieder aufzulecken ich schluss dir auf puh Sitzplatz geh weg runter da Alter jetzt hat er mich hallo du sollst schlagen das schlägt sie nicht mehr keine Ahnung ich mag nicht schlagen das ist so anstrengend ich habe keine Blöcke ja ist klar toll super durch den Regen nochmal verreckt und weil es wieder leckt wie Sau äh ich schlag ich schlag dich äh ja weil ich das kann äh ich schlag dich äh ja mit meinen Patschehähnchen äh ja Schlamm ich weiß Schlamm Alter ich schwöre ich geh jetzt dann ich geh jetzt Erde fahren oh Spinne oh Gott ich spinne ja ja ich werd gern wieder sterben weil es natürlich auch Nacht ist weil ich so schlau bin ja lauf doch Mädel es ist leicht aber laufen ist nicht zu ihrs ha hüpf hüpf ach du heilige ich hasse Schlamm ich hasse Schlamm 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 ist Pfui Schlamm Schlamm ist Kacke natürlich ich werd's hier wieder stecken meine Spinne kann ja dann 30 Meter hüpfen ne keine Ahnung wo ich hinlaufe ach Gott da ist ja alles voll mit Spinnen ich komm nie wieder zu meinem Haus wo ist es denn eigentlich da drüben irgendwo ja ja bring mich um alter diese Spinne weil ich auch vergessen hab ne Leiter zu bauen was mach ich denn jetzt ach komm was mach ich jetzt im Wasser warten das wäre ne Idee einfach im Wasser warten bis es hell ist oder ich schwimm rüber ach scheißen Dreck echt Entschuldigung hüpf schwimmen ist ne Option ihr blöden Viecher da muss ich echt sofort ne Leiter bauen sobald ich irgendwie wieder lebe wenn zum Haus hinkomme zum Baumhaus hinkomme muss ich unbedingt ne Leiter bauen dass ich rauf kann da ist ein Creeper ich seh dich oh nein Skeletter ich tauch mal ab hallo Mann ey wann wird's endlich wieder hell Skelette warum Skelette das hier schwimmt er mir nach der Kerl natürlich schwimmt er mir nach und ich kann mich nicht wehren weil ich nichts habe zum Wehren ich muss dann hier unbedingt Wege bauen ich habe aber auch immer irgendwie ein bisschen Pech was Biome betrifft da habe ich selten Glück dass ich zu einem schönen Biom komme dann wäre das alles voller Schlamm oder ich spawne mitten im Meer oder im Ozean dass ich beim Auftauchen krebiere und nicht weiterkomme weil der Spawnpunkt ja unter Wasser ist also im Wasser ist so muss ich sagen Creeper boom kaputt wann ey die Erde dieser Schlamm was würde ich tun für die wenn ich den Schlamm loswerden würde echt Kackschlamm da komme ich auch nicht raus ach das ist ja alles Kack so hier vielleicht so ich bin irgendwo oben so weit bin ich schon mal das ist ja schon mal was pfuh pfuh hüpp bravo sehr gut ach du liebe Zeit so na bitte ein Teil habe ich ja schon mal wieder zurück super so Spammerle so so das ach du liebe Zeit die Erde nehme ich mal mit die kann ich vielleicht brauchen so da drüben ist jetzt unser Haus ne so so jetzt muss ich irgendwie schauen dass ich da rüberkomme so ach komm Boruck warte ja hau weg passt so mal und Boruck so mal okay pfuh so jetzt schlage ich mich nach oben durch so ich hüpfe mal ein Stück so nicht dass es mich dir noch was erwischen tut so und dann mache ich das morgen also im nächsten Part besser gesagt versuche ich das mal anständig hinzukriegen da das gibt es ja nicht so da 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 aber ohne Shader ist es momentan echt angenehmer ich habe schon echt die verschiedensten Shaders ausprobiert aber pfuh so richtig ans Ziel bringen tut es einem tut es mich halt da noch nicht zurecht wo ist die Werkbank hin ah da ist sie ich stelle sie mal da hin so der ist nicht im Weg wow nicht schlecht so so unsere Beute die bringe ich mal hierher so dann noch das Holz unsere Schwammerlis ein bisschen Schleim und Matsch ich denke mal die Rüstung ist auch kaputt ja ja die hat viel ausgehalten sehr viel wahnsinnig viel so großartig ich glaube das wird schon schön ja pfuh für eine Pilzsuppe weiß ich jetzt gar nicht ob ich warte mal ob ich dafür ich weiß nur ich hätte den gebraucht den gebraucht ich probiere es auch mit dem Schwammerl vielleicht geht es achso ich bin ein Depp ich kann ja nachschauen statt Matsch gehen wir einfach mal Pilz ein was haben wir denn da hier wäre die Pilzsuppe ui aha achso da gibt es achso ich werde mit dem aha okay was hätten wir noch Pilzkuh erschaffen ja natürlich gibt es noch irgendwas mit Essen Steckpilzburger aha gefüllte Pilze mit Backform Käse Käse Toast uh das hört boah jetzt kann ich gehung noch flacher Lackportling gemeiner Schwefelportling bunte Tramete aha grüner Knollenblätter Pilz den kann man äh giftig eben wollte ich gerade sagen den kann man essen schubiges Schweinsohr schubiges Schweinsohr ah das ist auch ein Pilz aha 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 okay ja aber die Pilzuppe wäre echt köstlich da würde ich gerne noch mehr Schwamme haben wollen und wie macht man da die Schüssel dazu ah nur drei Blöcke aha okay naja dann brauchen wir wenigstens mal eine Schüssel ne also so so und so dann haben wir wenigstens schon mal vier Schüssel und äh ja wenigstens ich brauche mir Pilze jetzt wäre es Tag und ich sitze wah ich sitze wieder hier oben rum ne naja ich wollte eine Leiter bauen stimmt das wollte ich auch machen jetzt falle ich wieder komplett runter das war übrigens mit Absicht weil ich das Holz gerne aua gerne kaputt gehauen hätte das hier so beziehungsweise die Erde ich hätte ich ja ich habe die Axt vergessen mhm das war alles absichtlich ich bin so doof ey ah ja so nochmal von vorn nochmal rauf sehr unglaublich falle ich da runter weil ich einfach ungeschickt bin und der Part ist zu Ende ihr Lieben ihr habt es überstanden es ist der Part zu Ende gratuliere so jetzt aber alle guten Dinge sind bei mir 30 so ich habe nichts mehr Erde habe ich noch irgendwas mit tatsächlich hier noch was Gott sei Dank das wäre so sonst nicht ausgegangen so also stimmt da brauchen wir Stäbchen so für die Leiter bauen das war so 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 jawohl wenigstens das kriege ich hin drei Leitern haben wir schon mal und mit den Leitern beenden wir den Part ihr Lieben das war es wieder für heute ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen wow fürs Zuhören fürs Zuschauen ich fall schon wieder runter wünsche euch einen schönen Tag einen schönen Abend je nachdem wer das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi 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 Tschüssi